Moooooooon! 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 Ready! Moin Jungs! So, wir zocken jetzt wieder Last Year, aber das Alte. Also das Normale. Ihr habt's die Woche vielleicht bei den anderen schon gesehen. Da haben wir The Nightmare gespielt, alles was dieses DLC beinhaltet sind zwei Maps, und dass das ganze Spiel komplett anders von der Steuerung ist. Und deswegen haben wir gedacht, wir springen wieder in den Normal-Mode, wir bleiben real, wir gehen legit rein. Hä, es gibt doch gar kein DLC, wir haben doch die ganze Zeit das gespielt. Ey, erzähl uns so ein Dutzend. Aber, die merken das. Ja, aber das war ein bisschen witzig, aber nicht so viel. Ihr wisst schon. Die merken das. Das ist ja schon wieder The Bell Tower. Mittlerweile natürlich die Söze. Sogar den Bell Tower gibt es hier. Je nachdem. Ist nur das Gym neu. Ne, ich glaub der Bell Tower, der sah jetzt ein bisschen runtergekommen aus. Ich glaub, die Map ist jetzt so... Ich will die Story hören. Ruhe! Ich will die Story hören. Okay, Tyler. Ja, okay. Ja, gut. Ah ja. Gut. Dann würd ich sagen, springen wir rein. Und wir sehen schon... Gibt's auch Items manchmal, die man finden kann. Wie zum Beispiel diese geile Taschenlamp. Ist jetzt schon viel besser. Ist jetzt schon viel besser. Jetzt schon ein besseres Game wieder? Schreibt's in die Kommentare. Dass der das Spiel besser findet, Digga, als Nightmares. So. Aber hier ist doch alles so ein bisschen verseucht und so, ne? Das ist schon anders. Schon anders. Oh mein Gott. Das DLC spielt einfach in der Zeit, wo die Maps noch am Blühen waren, wisst ihr? Ohne die ganzen Spinn-Sachen. Alter, für die Lore ist das wirklich wertvoll. Aber deswegen kann man die Spin auch nicht spielen, oder? Ja. Stick together, friends. Wer macht denn die Calls? Kalle, oder? Ja, ja. Kalle, Kalle. Stick together. Stick together. Together. Together forever. Together and ever ever. Genau, wir bleiben jetzt zusammen. Wie craftet man den jetzt hier in dem Game? Mit R, Digga. Stimmt, das ist auch anders. Spin hinter mir. Ah, hier sind kleine Spinnen. Die muss man auch erstmal wieder klarkommen, Digga. Aber die droppen wenigstens auch Scrap. Ja, jetzt kann ich auch eigentlich mal wieder schlagen. Ja, kann man jetzt übers Balancing natürlich sagen, was man will. Oh, er hat hier gerade aufgelegt. Schön mittlere Schnee. Echt DJ? Ja. Das heißt, er ist hier irgendwo unterwegs? Wollen wir die jetzt auch picken, oder nicht? Ja, ja, pick it up, Digga. Ja. Wer soll, weil ich kann heilen werden. Er hat jetzt hier wieder neben mir gelegt. Holy shit. Holy shit. Oh, wo ist er denn? Da ist er, da ist er, da ist er. Oh no. Ah! Oh man, wieso spielt er wieder die Scheißspinne? Oh nein, ich hasse ihn. Komm her, Puppe. Ich mach gleich einen Molly. Nein. Oh. Ich hab nicht mehr so viel Leben. Ich brauch jetzt in der Tank. Ja. Kommt ihr mit hierher? Ja, ja. Stick together, friends. Ja, stritzig. Wir gehen zu Sturzing. Sturzing. Papo, kommst du zu uns? Sturzing. Schwierig. Schwierig. Okay, wir opfern Papo. Okay, ich würd das mal droppen. Ich mach mir hier die Tür zu. Wir gehen auf Kroggers. Ja. Ist geheilt. Wo müssen wir denn damit hin? Ich heil dich, heil dich, heil dich, heil dich. Ah, er ist hier und legt gerade Fallen, Digga? Ja, 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 ja. Sorry. Okay. Das muss ich jetzt kurz nicht. Ich schweiß jetzt hier erstmal einen ab. Hey, es geht nicht. Schade. Es geht nicht. Es geht nicht. So. Und mittelisch. Wer bin ich? Find the blowtor. Was muss ich hier machen? Was ist bei mir? Wir brauchen noch einen Blowtorch. Ne, das sind die Spinnen, okay. Nevermind. Ist Papo tot? Nein. Ne, ne. Was? Was? Alter! What the fuck? Ball mich runter! Was war das denn? Alter! Hat sich einfach im Loch versteckt oder so. Papo, Kavaleo ist rein. Oh mein Gott. Hä? Als ob du extra auf mich wartest, du Assi. Du Assi. Papo, lauf zum Blauen und heil dich. Aslak, motherfuck. Aslak, motherfuck. What the fuck? 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 So, Gnu. All the fuck? Oh, du bist gerade richtig. Oh mein Gott. Dass sich das nicht stört, dass da so eine... Bah! So eine Widerspinne. Hinter dir. Widerst. Lauf, Gnu, lauf. Eieieiei. Hier, wo sind die anderen? Ja, schön abfacke. Du brennst, Max. Du brennst. Kann mich jemand holen? Gerne, ich hol dich. Ja. Was machst denn du eigentlich da? Ich mach die Mission. Ja, aber hol mich doch. Ich bin doch hier der wichtigste Spieler. Ich weiß nicht, wie ich nach oben komme. Ich hab die ganze Zeit eine Treppe gesucht und dann hab ich accidentally... Accidentally? ... die Missionsteher gefunden. Kein Problem. Ey, Gnui, kannst du mich heilen? Nicht so gegen diese Türklopfe. Hier ist aber nichts. Hoch, hoch. Hä? Ich seh da nichts. Ich dachte, da geht's hoch. Ihr hört mich schon, ne? Ja, wir hören dich. Ich bin nicht vergiftet. Ich bin stuck. Ich bin stuck. Ich komm hier nicht weg. Jetzt wirst du gefressen. Geil. Das isse. Thank you, Gnu. Du bist hier raus. Also, Hennu ist half-life. Ihr könnt... Leute, kommt mal mit. Wir müssen hier rein. Der legt hier gerade wieder ein Ding ab. Komm. Rein da. Schneller! 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 Komm her. Komm her. Ich werd dich aufreffen. Komm her. Ich werd dich essen. Ich werd dich verspeisen. Ich muss F drücken. Komm her. Mann, jetzt bist du wieder tot. Ja! Ach, Mann, ey. Die ganze Woche läuft es. Und jetzt nicht. Die ganze Woche läuft es. Ah! Was denn jetzt? Wie will er sich fallen? Nein, ihr dürft nicht einzeln. Uiuiuiui. Sackgasse. Also, zwei Leute sind grad tot. Wir müssen jetzt mal wirklich uns konzentrieren. Leute. Es kann nicht sein, dass wir nur funktionieren, wenn man... Tod. Tod. Tod! Ja! Oh, Mann. Ihr macht das mit Absicht, ne? Weggesprayed. Alter, wie du mein Gehirn weggefetzt hast. Ich hab noch keine Haut mehr. Well, eh. Ich bin so witzig gerade auf dem Sturm. Oh, Mann, ey. Ich bin blau. Jetzt haben wir die gleiche Tür. Ja, drauf jetzt auf die Packstelle. Egal, rauf da, rauf da, rauf da. Genau, rauf da. Ey, wieso immer auf mich? Weil du aufnimmst. Ja, toll! Jetzt lieg ich hier wieder rum. Rettet mich! Rettet mich! Ich hol dich, du bist am Leben. Lauf, 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 lauf. So, jetzt wird dir erstmal weggemacht. Nein, ich bin nicht! Meine Intratate! Auf, auf die Kackspitze! Ah! So! Aber ich hab dich getötet! Oh, ich hab dich geplatzt! Geil! Wie ist das Dreck, Pi? Alter, wie viel... Ich spinne! Äh! Hilfe! Äh! Wir haben alle bestäubt. Hä, wie geht denn das, wenn du tot bist noch? Ja, ich bin geplatzt. Brother. So, okay. Ich bin geplatzt und dann war überall Säure. Ja, ja. Ja, ja. Okay. Ja, ja. Okay, ich mach einen Flammenwerfer, Freunde. Ja, ich mach jetzt auch mal was Feuer hier. Aber lass uns Gnu... Lass uns zusammen zu Gnu, bitte. Zusammen zu Gnu. Sie ist unsere Heilung. Ja, dann lass uns erstmal den Weg nach unten finden. Ja, ja. Das ist ein nächstes Thema. Hier vielleicht? Hm. Nee. Hier. 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 Der Killer weiß es natürlich jetzt, ne? Müsst du uns... Müsst uns klar... Dann lass uns lieber zu dem anderen Ding gehen, oder? Oh, da ist er. Hier. Hier. Hilfe! Jetzt wirst du abgestochen. Au! Aua! Ich lieg aufm Boden! Ich bin tot, ich bin tot! Oh nein! Wir haben's verloren! Wir haben verloren! Oh nein! Auf dich gegen den Rückenmark! Oh, scheiße! Oh, scheiße! Oh, scheiße! Oh, scheiße! Oh, scheiße! Das lief gar nicht so gut, ne? Eieiei! Das Problem ist, dass die Molotovs, wenn du den Spieler damit triffst, das macht nicht. Das fliegt einfach durch. Das Problem ist, dass Heno klar ist. 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 Das waren jetzt neun Minuten, ne? Ja. Nochmal. Und Heno bekommt Spinnenverbot. Okay. Ja. Gerne. Mach nur ne Fixe. Mach nur ne kleine Fixe. Mach nur ne kleine Fixe. Mach nur noch hinterher. Was kann denn... Was kann denn der Axt-Typ? Der hat eigentlich so einen aufgeladenen Charge. So einen kleinen. Direkt go, Leute. Direkt go. Und... Boah, an das andere erinnere ich mich nicht. Let's go! Ja, also wir müssen mehr miteinander talken. Ihr redet nicht. Ne? Ja, natürlich. Nein, wir reden die ganze Zeit. Merkst du es nicht? Also gerade du, Sterzig. Der hat sonst immer so viel sabbelt. Gerade du, Sterzig! Keine Heizwoll! Alter. Alter. Da darfst du nix sagen. Ach, Hass wird bei der Sülze groß geschrieben. Geht mal bitte jetzt alle unter Sterzigs Folge und schreibt drunter, das hätt ich nicht von dir gedacht. Einfach drunter schreiben. Einfach mal. Und dann geht ihr alle unter Kalles Folge und schreibt, ich auch nicht. Geht mal unter eurem... Leute, unter eurem Baum könnt ihr euch Sachen equippen, gell? Unter meinem Baum? Ach der Arcanum, ne? Ja, da hab ich mir jetzt auch was gequippt. Alter, Punching. Dass ich mehr aufs Maul hauen kann und besser klicken. Alter. Ja, es ist so smart, dass man jetzt... Ach so, das habe ich schon längst gemacht. Gibt's aber im Tutorial? Ne, warte mal. Im Unranked? Ne, wie heißt das? In DLC. Da gibt's das auch nicht, ne? Ja. Du musst noch ready machen. Ich wollte nur warten, dass ihr euch noch ausrüstet. Das sind ja nicht ready. Zeitdruck, ne? Gut. Aber ja, Spinne ist halt wirklich auch einfach eklig. Ich hab Angst. Spinni, Spinni, Spinni. Spinni ist echt scheiße. Warum? Wie ich dich ins Loch gezogen hab. Das war geil. Das war geil. Oh, lol. Die Sägemine. Die erste Map. Sormel? Sormel. Einfach Sormel. Die Sauermilch. Lecker Sormel. Lecker Sau... Ach, das war die, die wir über Max gespielt haben. In der ersten. In der ersten. In der ersten. Die haben wir im ersten gespielt. Ja, damals im ersten, Digga. Damals im ersten, Digga. Damals am ersten. Am ersten, sechsten. Bis bald. Los geht's. So, Leute. Jetzt laufen wir alle zusammen rum. Klar. Wie geht die Tür auf? Ist das genug Gerede für dich, Kalle? Gerne. Na, Kalle? Sag doch mal. So. Ist ja die Sormel. Deswegen würde ich hier auch dementsprechend einen Killer wählen. Klar. Die Spinne. Die Spinne. So. Die Sormel kennen wir aber gar nicht, oder? Kennen wir die schon? Komm. Ich nehme mal hier rein, Papo. Komm. Fürs Video. Oh, Alter! Oh, Alter! Oh, mein Gott! Alter! Guck mal, sein Kopf rollt hier! Alter! Richtig Hacksteg! Rechtsklick, Max! Rechtsklick! Oh, ja! Das war's jetzt natürlich gar nicht, ne? So. Papo. Papo lebt schon wieder. Geil. Oh, hinter dir! Du! Ja, 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 ja. Ich muss bis abends, sonst bin ich drin. Oh, no! Ja! Weggehackt! Ist das schon wieder so ne schnelle Runde? Ist das wieder so ne schnelle? So ne schnelle? Schnelle oder schnelle? Ne schnelle. Ne schnelle, ne zweiten. Er hat dich gesehen. Er hat dich gesehen. Moin. Hallo. So, Papo. Moin. Moin. Ja, ist nicht so einfach. Ich kenn die Map nicht. Also, ich weiß nicht, was ihr da erzählt. So. Weggemacht! Weggeholzt! Schön auf die Beine! Oh, oh, du bist der Letzte. Ja, Saumel, gute Map. Oh mein Gott. So, hallo. Ach, come on. Ja, Leute! Ja, lass doch ein Like da. Lass ein Like da. So, ich hack den auch noch weg. Mach den weg, komm. Stehe gerade in der Lauf. Ja, nur mein Fokus hier. Ist jetzt einfach ein schnelles Ding gewesen. War ich ehrlich. War eine schnelle Runde. Aber schreibt uns gerne weiterhin auch Spiele in die Kommentare, die man zu fünft vor allem spielen kann. Wir haben jetzt superviele Spiele immer bekommen, die man vor allem zu viert spielen kann. Wir sind jetzt zu fünf. Deswegen gerne nochmal die Kommentarleiste so richtig schön füllen mit Worten, mitspielen. Schaut bei den anderen vorbei. Nächste Woche geht's weiter beim Hanno. Und ansonsten, schönes Wochenende, ne? Tschüss! Tschüss! Na? Tschüss! 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 Tschüss!